Hallo, hier ist Philipp von InvestorSearch und ich möchte euch hier etwas zum Thema Anleihen erklären, wie man die kauft und was die Besonderheiten sind. Anleihen sind die wichtigsten börsennotierte Produkte der Asset-Klasse Kredite. Und hier kommen wir auch schon zum wichtigsten Merkmal. Das ist eigentlich, wie wenn man Kredit bei der Bank aufnimmt, aber dieser Kredit danach an der Börse gehandelt wird. Das sind meist sehr, sehr große Kredite von Staaten und Firmen, die von Investmentbanken dann an andere Investoren weiterverkauft werden. Im Normalfall gibt es dann dafür regelmäßige Zinsen und am Ende der Laufzeit wird der gesamte Kreditbetrag zurückgezahlt. Dieser Zinssatz hängt dabei vor allem vom allgemeinen Zinsniveau ab, also der sogenannte Leitzins der Zentralbanken und der jeweiligen Bonität des Schuldners. Beispiel bei Ländern ist, dass zum Beispiel Griechenland höhere Schulden zahlen musste als Deutschland, weil die Kreditausfallmöglichkeit dort deutlich höher eingeschätzt worden ist. Und ganz wichtig beim Verständnis von Anleihen ist dieser Satz, die Preise von Anleihen steigen, wenn die Zinsen sinken und die Kurse sinken, wenn die Zinsen steigen. Mache ich später auch noch ein Beispiel. Auch verändert sich der Kurs natürlich, wenn sich die Bonität verändert. Also wenn die Bonität besser wird, dann steigen auch die Anleihenpreise. Umgekehrt fallen natürlich dann die jeweiligen Zinsen. Wenn man aber, die Kursschwankungen sind vor allem von kurzfristiger Natur, das heißt, wenn man eigentlich sein Geld am Schluss zurückbekommt, dann kann man eigentlich immer genau kalkulieren, wie viel man bekommt, vor allem wenn man zum Nennwert kauft. Die wichtigen Bestandteile von Anleihen sind dann die laufende Rendite. Das heißt, wenn ich aktuell die Anleihe kaufe, wie viel Rendite mache ich bis zum Ablauf der Laufzeit? Denn der sogenannte Coupon, das heißt, wie viel Prozent des Nennwertes wird ausgeschüttet, der aktuelle Kurswert, der Nennwert und natürlich bei Fremdwährungsanleihen muss ich auch noch Währungsschwankungen beachten, sowie das Kreditrating, was die Bonität beurteilt und die modifizierte Duration. Kommt auch gleich nochmal ein Beispiel, aber schauen wir uns erstmal so eine Anleihe an. Wir sehen hier zum Beispiel, Daimler hat knapp 100 Anleihen ausstehend. Jetzt haben wir hier eine ausgewählt, die in frittischen Pfund notiert. Also internationale Firmen haben ja auch unterschiedliche Kosten und deswegen verschulden sie sich auch in unterschiedlichen Währungen, um die Währungsschwankungen geringer zu halten. Wir sehen hier der Coupon von 1,25 Prozent. Das heißt, einmal im Jahr wird 1,25 Prozent ausgeschüttet. Das deckt sich auch sehr stark mit der laufenden Rendite, da die Anleihe aktuell, wir sehen es hier 99,95, sehr, sehr stark am Nennwert notiert. Hier sehen wir auch die Modified Duration. Das heißt, wenn sich das allgemeine Zinsniveau um 1 Prozent ändert, dann würde hier eine Veränderung im Kurswert, der Kurswert ist 99,95, um 1,44 Prozent stattfinden. Also ganz wichtig zu verstehen, dass das Kursniveau von Anleihen vor allem vom allgemeinen Zinsniveau und der jeweiligen Bonität beeinflusst wird. Normalerweise sind Unternehmensanleihen auch teurer als die vergleichbaren Staatsanleihen. Das nennt man dann den Spread zum risikolosen Zins. Also ich kriege einerseits Zinsen für das allgemeine Zinsniveau und dann kriege ich noch einen zusätzlichen Zins, weil die Daimler AG ja einen Tick riskanter gesehen wird als der Staat. Bei sogenannten Mittelstandsanleihen ist dieser Spread dann deutlich höher, weil bei diesen Firmen das Risiko natürlich auch deutlich höher ist. Es gibt da drei, vier bedeutende Firmen, die diese Anleihen bewerten. Das heißt, sie schätzen das Kreditausfallrisiko und haben da sich so relativ komplexe Modelle gebaut, wo man dann verschiedene Noten rauskommen. Viele kennen das vielleicht, dieses AAA-Rating. Das ist das von der höchsten Bonität, wo eigentlich ein Zahlungsausfall ausgeschlossen wird, zum Beispiel beim deutschen Staat. Und dadurch kann man sich sehr, sehr günstig verschulden und dann geht es halt immer weiter AA+, BB- etc. Oft ist es dann so, dass viele institutionelle Investoren nur bis BB- investieren müssen, weil die darunter dann kein Investment-Grade mehr haben und einfach sehr, sehr riskant und spekulativ sind. Wenn es überhaupt keine Aussicht mehr gibt, dass es hier zu einer Zahlung kommt, dann wäre sie im Default oder in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Default. Jetzt nochmal zur Beispiel-Duration. Wenn man eine Anleihe hat mit einem Coupon und Marktzins von 5% und diese zum Nennwert von 100% gekauft hat. Jetzt sieht man den Effekt, dass Anleihen halt doch nicht risikofrei sind. Denn wenn die jetzt noch eine 10-jährige Restlaufzeit hat, was auch nicht untypisch ist bei Anleihen, wenn sich dann der Zinssatz um 1% senkt, dann steigt die Anleihe auf 100,8%. Also immer um 8%. Diesen Effekt hatten wir in den letzten 30 Jahren, da seit 30 Jahren die Zinsen gesunken sind und dadurch die Anleihen sehr, sehr stark gestiegen sind. Da natürlich alte Anleihen sich an das aktuelle Zinsniveau anpassen und damit die Zinsen sinken können, muss der Preis entsprechend steigen. Wenn es allerdings zu einer Zinswende kommt, dann kann das nämlich halt auch schnell in die andere Richtung gehen, wenn ich hier 10-jährige-läufige Anleihen habe und jetzt nur bei einer 1%igen Erhöhung würde mein Kurs immerhin um 7,7% abfallen. Also ich hätte danach nur noch 93% vom Nennwert, was bei konservativen Investoren viel ist und wenn es zum Beispiel auf 2% sogar, dann wäre das nochmal das Doppelte. Ich habe also ein Kursrisiko bei Anleihen, was ich zum Beispiel bei Tagesgeld oder Festgeld nicht habe. Wir sehen hier die Renditen auf 30-jährige Anleihen von US-Staatsanleihen und seit 1981 ist das wirklich kontinuierlich gesunken. Da hat sich ein riesen Bullenmarkt eigentlich im Anleihenmarkt aufgebaut. Hier sehen wir das nochmal für die 10-jährigen US-Staatsanleihen, dass es hier wirklich sehr, sehr lange Zyklen von 30 Jahren von einer Periode gibt oder länger. Genau seitdem sind natürlich diese ganzen Anleihen dann gestiegen, weil die Zinsen ja so stark gefallen sind. Es gibt aber nicht nur Staatsanleihen, wo man ja inzwischen in den westlichen Ländern überhaupt keine Zinsen mehr bekommt, sondern es gibt natürlich auch Fremdwährungsanleihen. Da habe ich dann ein Währungsrisiko, aber auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn ich in indische Rubien eine Anleihe habe, wenn diese Währung aufwertet, die ja eigentlich bezüglich der Kaufkraftparität unterbewertet ist, dann kann ich hier Währungsgewinne auch erzielen. Ich habe Unternehmensanleihen, wo ich auch höhere Zinsen aufgrund des höheren Risikos erzielen kann, die auch ein bisschen anders funktionieren, da natürlich hier Staatskrisen und Unternehmenskrisen nicht immer gleich verlaufen. Es gibt dann auch die sogenannten Junk-Bonds. Hier kann ich wirklich sehr, sehr hohe Renditen erzielen, allerdings habe ich halt auch eine hohe Kreditausfallwahrscheinlichkeit. Das war in den 80ern Jahren mal sehr beliebt, da man gesagt hat, okay, ein paar Defaulten vielleicht, aber insgesamt ist das immer noch, das gleicht sich ja aus und ist immer noch eine sehr interessante Anlagemöglichkeit. Das gilt vor allem auch für Privatanleger, für sogenannten inflationsindexierten Anleihen. Die haben eine niedrige Rendite, aber wenn die Inflation kommt, ist natürlich immer die Frage, wie wird es berechnet, dann ist man inflationsgeschützt, dass dann der Wert entsprechend mitsteigt. Auch gibt es sogenannte nachrangige Anleihen. Hier gibt es auch einen höheren Zinssatz. Das bedeutet aber, dass ich, wenn es zu einer Insolvenz kommt, dass erst andere Anleihen bedient werden und ich erst danach komme, zwar noch vor dem Eigenkapital, vor Aktien, aber halt nachrangig. Das heißt, ich habe natürlich auch, wie gesagt, wie immer ein höheres Risiko. Eine Mischform sind die sogenannten Wandelanleihen. Das ist wie eine Anleihe, wo noch eine Option mit dabei ist. Das heißt, ich kann ab einem bestimmten Aktienkurs meine Anleihe in Aktien umwandeln. Ist eher auch was für fortschrittene Anleger, machen einige Hedgefonds, verbindet aber oft auch ein bisschen das Beste aus beiden Welten, da ich halt eine Rendite bekomme, aber auch am Upside der Firma mitbeteiligt bin. Das letzte sind Pfandverriefe. Das gibt es oft im Immobiliensegment. Die sind mit Immobilien dann gesichert, auf die ich dann als Anleihenzeichner zugreifen kann. Deswegen sind hier die Zinsen sehr niedrig, da ich natürlich eine hohe Sicherheit habe, da Immobilien auch in Krisen meist sehr wertbeständig sind beziehungsweise wertbeständiger als Unternehmen. Da habe ich ja oft Maschinen, die nach ein paar Jahren nichts mehr wert sind und dass eine Immobilie mit Grundstück auf Null geht, ist ja schon sehr unwahrscheinlich bis unmöglich. Soll man jetzt in heutigen Zeiten noch Anleihen kaufen? Da von mir bei Staatsanleihen eigentlich ein klares Nein. Es gibt keine Rendite mehr. Wir haben ja gelernt, es gibt ein Kursrisiko. Wenn man hier sein Vermögen erhalten will, dann ist es besser, das mit Tagesgeld oder Festgeld zu machen. Wer ein bisschen Rendite erzielen möchte, sollte aber auch eher auf Unternehmensanleihen. Ich finde auch für Privatanleger die sogenannten inflationsindexierten Anleihen sehr wichtig, da man bei Anleihen mit Inflation immer, das ist der große Renditefresser. Das sieht vielleicht nominell auf gut aus, aber man darf halt auch nicht vergessen, früher in den 70er, 80ern, als die Renditen so hoch waren, hatten wir halt auch hohe Inflationen. Und man kann natürlich auch Emerging Markets Anleihen zahlen von unterbewerteten Währungen. Also Kredite, ich bin ja ein Fan von den produktiven Assets, das heißt Aktien und Immobilien, aber zum Vermögenserhalt sind solche Anleihen sehr sinnvoll. Sie sollten vor allem auch über ETFs gekauft werden, da Fonds nehmen natürlich wieder eine Management-Fee und wenn die Renditen so gering sind, ist das ein sehr großer Anteil. Und der Direktkauf ist für Privatanleger oft schwierig, da die Werte und Stückelungen sehr hoch sein können, beziehungsweise man nur sehr schwierig eine Diversifikation erreicht, dann laufen die Anleihen wieder aus, machen dann Transaktionskosten. Das heißt, es lohnt sich eher wirklich, wenn dann man ein höheres Vermögen hat von mehreren 100.000 Euro, was man in Anleihen investiert, sonst sollte man das eher über ETFs machen, wo es auch sehr, sehr viele für Anleihen gibt. Schauen wir mal auf Invest Research. Wenn man hier oben unter ETFs und dann auf Anleihen ETFs kommt, dann sieht man hier eine Liste von einigen Anleihen ETFs, die sich zum Beispiel als Sparplan oder auch zum Direktkauf eignen. Trotzdem muss klar gesagt werden, Anleihen haben jetzt sehr, sehr gute Zeiten und Dekaden gehabt. Das wird sich so nicht wiederholen lassen. Und gerade bei einer Zinswende, die sich in der USA ja schon andeutet, in Europa weiß man nicht, wann das kommt, bauen sich hier natürlich doch auch erhebliche Risiken auf, vor allem wenn man langläufige Anleihen hat. Deswegen würde ich gerade jungen Menschen empfehlen, den Anteil von Anleihen im Portfolio und Krediten sehr gering zu halten. Man kann zum Beispiel auch auf Peer-to-Peer-Kredite über Plattformen setzen, was ja vom Prinzip her ähnlich ist, allerdings mit deutlich höheren Renditen verbunden ist. Ich hoffe, ich konnte ein paar Sachen zum Thema Anleihen ein bisschen klarer machen. Bei weiteren Fragen einfach kommentieren. Und sonst findet ihr natürlich auf InvestorSearch.net und diesem InvestorSearch-YouTube-Kanal viele weitere Informationen zum Thema Geldanlage, vor allem natürlich auch zu Aktien und spannenden Anbietern aus dem Fintech- und Kontenbereich.